eine chronische erkrankung verändert alles und jeder tag bringt neue fragen gibt es neue forschungsergebnisse gibt es neue arzneimittel ist meine therapie wirklich die beste ist meine erkrankung bald heilbar warum wirken die neuen biologischen arzneimittel so gut wir geben ihnen antworten unsere wissenschaftler recherchieren täglich für sie aktuelle forschungsergebnisse und studien sowie neue therapie und heilungschancen das deutsche gesundheitsportal bietet ihnen wissenschaftliche informationen klar und verständlich aufbereitet sowie weiterführende links und materialien zur vorbereitung auf ihr nächstes arztgespräch kostenlos und zentral für sie zusammengefasst auf unserem webportal unter www.deutschesgesundheitsportal.de dem ersten wissenschaftsportal für patienten oder holen sie sich unsere app im google playstore und dann auf die dritte 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 dr